Sogar Chip weiß, dass das Patrick im selben Kostüm ist, als er letztes Jahr Karneval anhatte. Nein, Ernsthaft! Du musst kommen und mich retten! Hey, Sandy! Wer ist denn dein Freund da? Aber wo ist denn dein Gorilla-Kostüm? Na hier, das hab ich doch an! Ich finde, ich hab das ziemlich gut gemacht. Wenn du Patrick bist, wer ist denn dann der da? Ah! Nächter Gorilla! Hä?